Mit dem Gebäudereiniger aus Düren ist die 24-Jährige nun schon seit November 2020 zusammen. Verlobt sind die beiden ebenfalls schon eine ganze Weile. Genau drei Jahre später soll die standesamtliche Hochzeit der beiden stattfinden. Das geplante Jaworz sowie die Vierfachtaufe der Clansprösslinge Hobangel Silvia, sieben Monate, Aurelio Servet, eins, Hailey Emilia, zwei, und Linus Tim, zehn Monate, bilden den Kern der aktuellen Folgen von die Wollnys. Im Staffelfinale am Mittwoch kommt es zum großen Knall. Als Wollni-Matriarchin Silvia, 59, für die beiden Großereignisse in ihre deutsche Heimat zurückkehrt, ist Lavinia wieder im Familiendomizil in Rathheim eingezogen, ohne ihren Verlobten. Die Situation zwischen ihr und Tim ist endgültig eskaliert. Gegenüber ihrer Mutter stellt sie klar. Jetzt gerade, zu diesem Zeitpunkt, kann der, Tim, mich mal kreuzweise. Ich möchte meine Zeit haben, um über alles nachzudenken. Die Hochzeit blase ich ab. Rums. Nach der Geburt des zweiten Kindes blieb die Zweisamkeit der jungen Eltern offenbar auf der Strecke. Du hast nicht nur die Kinder, für die du da sein musst, du hast auch noch eine Partnerin und eine Beziehung, die du pflegen musst, klagt Lavinia. Ihr Verlobter habe abends lieber vor seiner Konsole gesessen, anstatt mit ihr auf der Couch zu kuscheln. Ich habe gezockt, um abzuschalten, verteidigt sich Tim. Es habe zuletzt viele Streitigkeiten gegeben, dann sei die Situation dermaßen eskaliert. Mit dem Auszug aus der gemeinsamen Bleibe hat Lavinia ihrem Verlobten einen saftigen Warnschuss verpasst, der Wirkung zeigt. Ich bin mir klar, dass ich was ändern muss. Das Leben mit meiner Familie ist mir wichtiger als alles andere, betont der 25-Jährige. Nach drei Tagen bei Mama Silvia und einem klärenden Gespräch unmittelbar vor der Taufe, kann der Gebäudereiniger seine beinahe Ehefrau immerhin zu einer Rückkehr in die gemeinsamen vier Wände bewegen. Die Hochzeit bleibt aber auf unbestimmte Zeit verschoben.